So, hallo und herzlich willkommen, läuft zur, ja läuft, jetzt muss ich tatsächlich, ich muss erstmal wieder reinkommen, in Sachen aufnehmen. Zur zweiten Folge von dem neuen Spielstand von Subnautica hier bei mir, bei Defixel. Wir haben auch direkt schon eine neue Nachricht, das ist gut, wir wollten heute, ich wollte mich gerade eh mal zurück, äh, wir könnten noch, wenn wir was finden, Quarz mitnehmen. Und natürlich sonst, äh, Steinsbohr, die noch aufzuklocken sind. Aber ich sehe gerade nichts, dann gehen wir mal rein, und aber tatsächlich nur ein Quarz für, was brauchen wir für den Segleiter? Schmierstopf, Kupferdraht und Batterie. Kupferdraht. Äh, für die Batterie brauchen wir noch einen Säurepilz, haben wir hier noch drinnen. Falscher Knopf. Sollte auch mir meine Timer gerade stellen, wie ich bemerke, damit ich weiß, wann die Aufnahme vorbei ist, ob plötzlich wie möglich jetzt zu Ende war, da habe ich mich dann noch im Augenblick gesehen, der Timer ist abgelaufen, dann sollte ich nämlich dann auch mal, äh, die Aufnahme beenden, aber jetzt ist der Timer noch nicht abgelaufen, ich habe ihn noch vergessen zu starten, da ist die Folge wird ein klein bisschen länger. Sollte. 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 Oh. Wir wollten die größere Tauflasche machen, dann brauchen wir noch einen Quarz. Dann Schwimflossen haben wir von den Werkzeugen drei Quarz und ich muss mal gucken, ob wir hier noch Kupf. Wo haben wir noch? Zwei Säurepilze. Aber wir haben erstmal eine Nachricht und spüren wir mal ab. Ja, können wir dann ja gleich mal hin. Bist du eigentlich schon fertig? Ja, dann tun wir mich mit. Gut, dann... Da brauchen wir tatsächlich aber nicht mitschleppen. Dann fangen wir mal die Teile hier mit rein, solange... Äh... Das müssen wir... Dann... Das ist doch schon deutlich angenehmer. Ja... Wir brauchen... Quarz... Füße... Bist du... ...Schick mitverlösen können... Hier sicherheitshalber Ersatzbatterien machen, tatsächlich gerne, relativ schnell zur Insel. Für die Räuber in der Basis zu bauen, wo wir die ganzen Rettungskapseln abfahren. Zwei mal Glas und jetzt mal noch was, was wir mit Glas machen wollen, also dreimal Glas. Dann die Tauflasche einmal aus, die bauen. Dann nehmen wir mal sicherheitshalber nochmal ein bisschen. Habe ich eigentlich das Messer weggelegt? Das ist ne gute Frage, ne? Warte mal nicht. Kannst eigentlich auch darüber. So. Dann. Als erstes mal die große Tauflasche. Dann sind die Sachen nämlich schon mal weg und wir haben deutlich mehr Luft gerade. Äh. Zum. Warten. Was war das denn noch? Ich weiß, wir brauchten dafür ne Batterie, aber wofür brauchen wir jetzt nochmal die Batterie? Dann können wir jetzt mal die Taschenlampe nochmal machen, zusätzlich. Dann. Das Kreislauf braucht Kabelsatz und Fasergewebe. Für den Kabelsatz brauchen wir zweimal Silber. Gut. Und Fasergewebe. Und Fasergewebe. Haben wir tatsächlich das Rezept noch gar nicht für, wie es aussieht. Und wir können sogar noch ein Signal bringen, stellen die in die Schmuck gut. Dann packen wir mal die Sachen auch so lange rüber. Dann machen wir dich mal bitte auf die 1, Scanner auf die 2, Messer auf die 3, ok. Dann können wir die Naschhouorte auf die 4, luôn dann Cruz von Kvas aus der Edition des Cafeteria. Was Doing ist denn für jetzt? Wir wollen uns nicht, dass das herrschen könnte. Unser Pod wurde fast durch die Seamoth-Bee zerbrochen. Jetzt sind wir auf der Seite des Kavesystems und diese grimmartige Schnecke-Thinge versuchen, durch den Hull zu essen. Komm, geh uns schon! Signal, Location, uploaden zu PDA. Zweiter. Gut, was haben wir gesagt? Wir brauchen... Nein, ich bin aktuell nicht. Das Kreislauftauchgerät wollten wir ja machen, ne? Genau, dafür brauchten wir Kabelsatz. Kabelsatz brauchte zwei Silber. Das heißt, wir brauchten Silber. Und für Fasergewebe brauchten wir noch... Schlinkfl... Zwei mit. Ich sehe gerade so aus, als ob da... was zum Abbau... ... ward nicht nur die Maschinen. Ich weiß nicht, was er sollte sein. Ich sehe gerade, aber es kann nicht nur nach wie vor. Lasst eine Schmechanze. Da kann ich jetzt niemals nachdenken. Ich wünsche mich investieren. Ich sehe gerade einen experiment. Ich werde mich mümmen. Ich habe die Moschlauftauchung. Ich habe mich mit Ölge. Ich habe mich eine kleine eine Schmerzen-Telbe. Ich habe mich, das ist nicht mehr so Geräusch. Ich bin einig. Aber gerade nicht weiteres rein also rein die 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 dann die die das ist eigentlich weil wir sind hier schon Etwas rumgekommen ist ja noch alles hier im Umkreis. Dass mal recht ist. So reagiert schon. Soll mir tatsächlich recht sein. Caution. Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. Continuing to monitor. Short-range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. I'm going to get a little bit of water. I'm going to get a little bit of water on the back of the building. I'm going to get a little bit of water. Oh, good. Oh, ich bin jetzt scharf vor. Ähm. Dann wollen wir eben schnell zurück, ne? Ich glaube wir sollten doch eher jetzt mal so langsam, auch wenn ich mich tatsächlich noch ein bisschen ausrüsten wollen würde vorher. Gut. Wir haben ne Waffe, wir können uns verteidigen, wir haben den Zeegleiter, wir sind relativ schnell unterwegs. Okay, wir haben ne Signalbrühe. Also können wir auch mal Richtung Insel. Fasergewebe. Das Problem ist nur, wir brauchen einen Kabelsatz. Und für den Kabelsatz haben wir tatsächlich gerade nicht die Materialien, was es schwer macht. Aber wir können noch mal Wasser herstellen und uns was zu essen machen. Da einmal bitte den kochen. Gasenfisch zur Wasserverarbeitung. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das Signalbrühe haben wir. Das Signalbrühe haben wir. Was brauchen wir denn eigentlich, weil das brauchen wir denn ja auch für das Konstruktionswerk. Computership und Kabelsatz. Computership und Kabelsatz. Also wir brauchen zwei Kabelsätze dann. Was brauche ich mir denn für ein Computership? Quadrat und Tischkorallenprobe. Quadrat einmal. Wie stellen wir die noch schon mal her? Die Tischkorallenprobe können wir besorgen. Können wir mal eben bitteschön. Vielleicht eine? Das müssen wir jetzt einfach mal. Schöne Taste. Was ist da jetzt keine Arbeit? Das war es dann auch schon. Jetzt noch mal eine. Äh die drei. Ich lerne das auch noch. Irgendwann mit der Taste Lernis. Kann sich nur um Jahre dauern. Ich glaub wenn ich immer wieder was länger gespielt habe sollte das eigentlich auch kein Thema sein. Äh. Ich hab das heute jetzt rausgepackt ne. Das Gold sollte überhaupt mal da haben also. Ich hab das schon. 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 Jetzt können wir auch den Computership machen. Ich hab das schon. Ich hab das schon. Ich hab das schon. Ich hab das schon. Ich hab mich doch mit. Geh das mit. Das fahrs. Da wird ja schön das Titan. Das Fasergewege rein, die Computership geht hier. So. Jetzt lass uns mal eben kurz... Das ist flacher, ne? Die ist höher. Das muss ich mir kurz... ...gönnen. Was sind die? Ich sehe gerade, die Folge ist vorbei für heute. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Schönen Tag. Ich weiß noch gar nicht, bevor ich die Folgen aushaue. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.